Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Und ja, ich bin jetzt wieder hier an dieser Stelle, aber bevor hier diese Falle kommt. Und da muss ich jetzt einfach mal gucken. Jetzt bin ich hier sowieso eingefangen, oder was? Ne, ne. Und ja, genau, da muss ich erstmal gucken. Dann gäbe es hier bestimmt ja noch andere Wege. Oder was? Ey, das ist irgendwie total verwirrend gerade. Richtig verwirrend gerade. Aber hier war ich auf jeden Fall noch nicht okay. Hier ist nämlich noch ein Gegner. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht, hä? 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 Ah, ah ne, hier war ich, oder? Ne, keine Ahnung. Hier war ich aber definitiv noch nicht drin. Oh, ich hasse so verwirrende Level. Da kommt man doch nicht weiter. Mensch. Was haben die Spieleentwickler sich denn dabei gedacht? Wo soll denn hier der Weg sein? Irgendwo oben wahrscheinlich, ja, aber... Boah, Gott, ey. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, toll. Okay. Hier war ich aber doch schon. Oh, jetzt bin ich wieder zurück. Das kann doch nicht sein, dass... Moment mal. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wirklich dadurch diese... ...Todesfalle da muss. So, aber wie komme ich denn da rein? Moment mal. Ja. Wo soll das denn hier sein? Ach mal. So, hier ist ja wieder die Todesfalle. Irgendwo hier. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Wenn ich da in die Todesfalle gehe, da komme ich nämlich nicht wieder raus. Dann falle ich nämlich runter und dann muss ich wieder von vorne spielen. Nee, irgendwo hier muss das sein. Hier rechts. Hier rechts. Irgendwo hier rechts. Dump noch mal. Nee, ich kann hier nicht rein. Hier sind überall Wände. Äh. Pff. Ahnungslos. Ich muss gleich wieder im Guide gucken, wahrscheinlich, hä? Oder Moment mal. Und wenn ich da wieder rausgehe, dann... Nee, ist auch scheiße. So. Wo ist man da rein? Wenn ich hier wieder rausgehe, dann bin ich komplett falsch wieder, ja? Oder? Ja. Jetzt gehe ich hier... Nehme ich wieder raus. Und dann bin ich hier komplett falsch. Ja, ja. Oder Moment mal. Oben kann man auch nicht hin, ne? Nee. Ja, dann muss ich leider im Guide gucken gleich wieder. Weil... Ja. Keine Lust hier so lange zu hängen. Und jetzt hält der sich wieder nicht fest. Ja, keine Ahnung, wo das sein soll. Das ist... Es gibt doch bestimmt wieder irgendeinen Tipp, den ich nicht... Äh... Nicht blicke. Aber ja, egal. Äh... Ich gehe jetzt erstmal wieder bis zu der Horrorstelle da hinten hin. Und dann... Äh... So. Okay. Ich bin ja schon wieder fast da, Mensch. Wieder hoch. Und da sind wir doch jetzt wieder. Gut. Okay. Ich würde sagen, Freunde, ich schneide euch kurz raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder an dieser Horrorstelle, ja? Also bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Äh... Schaut mal hier. Wir waren ja... Wir sind ja jetzt in einer völlig anderen Ecke. Äh... Ihr wisst ja, wo ich eben hier hoch hier hingegangen bin. Das kann ich euch ja mal zeigen. Hier dieser Bereich hier. Das ist ein Ding. Einfach rumdrehen. Und hier rechts hoch. Ach Gott. Ja. Äh... Ich musste wieder im Guide nachgucken, weil das ist doch so verwirrend wieder. Ja, natürlich. Und jetzt... Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Jetzt falle ich direkt in den Abgrund. Ah... Egal. Ich habe ja hier gespeichert. Ne, das war nur der alte Speicherstand. Okay. Ne, dann laufe ich mit euch zusammen halt hin. Äh... Auf jeden Fall müssen wir hier in der Todesfalle nicht sein. Oh, das ist voll die falsche Richtung hier. Äh... Das kann ich euch direkt zeigen... Ja, wo es ist. So, das war nämlich hier wieder raus. Und dann einfach links rüber. Genau, so. Und dann hier links... Hier links rüber. Hier vorne. Meine ich zumindest. Ja, genau. Genau. Hier ist nämlich irgendwo dieser Gegner, aber keine Ahnung, wo der ist. Den hier haben wir nämlich schon gekillt, seht ihr? Und dann einfach hier durch. So. Und dann... Ja. Dann komme ich gleich irgendwann in so einen Bereich rein. Wow. Oder... Ne, ne, Moment mal. Ne, ne. Stopp. Stopp. Äh... Sorry, ich bin jetzt ein bisschen wieder falsch gelaufen. Aber ich weiß jetzt, wo es ist. Keine Sorge. Äh... Ja, ich bin falsch gelaufen. Es tut mir leid. Wir müssen nämlich nicht hier hin, sondern... Gehen. Rein. Also hier rechts halt. Äh... Ja. Und dann halt... Nach rechts hier. Hier nach rechts. Genau. Hier rechts abbiegen. Genau. Da haben wir jetzt nämlich hier diesen Bereich hier, wo wir reingehen. Da ist da einfach eiskalken Abgrund, ey. Und dann hier. Hier vorne hoch. Genau. Hier hoch. Ist gar nicht so... Gar nicht so schwer. Ah. Halte ich da jetzt fest. Ich würde die Leute nicht langweilen, Rick. Aber... So. Alles gut. So. Und dann jetzt hier... Aufpassen. Hier ist ein Abgrund. Okay. Hier ist ein Abgrund. Aber... Boah. Moment mal. Ey. Was ist das denn hier für eine Stelle? Was soll das denn? Moment mal. Aber hier kann ich hin. Hier kann ich hin. Genau. Boah. Das ist ja mies hier. Richtig gemein, ey. Ah. Vielleicht komme ich jetzt hier auch zu diesem... Hier könnte ich noch herkriechen. Moment mal. Wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich da jetzt echt an diesem Abgrund vorbei oder muss ich hier herkriechen? Sekunde mal. Nee, das kann nicht sein, dass ich da hin muss. Nee. Ich muss hier herkriechen. Das kann unmöglich sein. So. Okay. Dann gehen wir hier durch. Dann schauen wir mal, was dahinter ist. Können wir schon irgendwas kaputt machen, oder? Nee, kann man nicht. Ich habe auch noch nicht mal die Zeichen voll. So, da... Ah. Moment mal. Da ganz oben. Egal. So geht auch. Alter. Richtig verwirrende Scheiße gerade hier, wa? Hier ist aber irgendwo noch ein Gegner. Sekunde. Kann ich hier rein? Ah, hier gerade... Ah, okay. Alles klar. Äh, nur hier ist nichts. Scheiße. Doch, Moment. Hier oben. Ah, okay. Und da oben ist auch der Gegner. Alles klar. Ah, ich verstehe langsam. Nein, da hält er sich doch nicht fest, Mensch. Verwirrend. Richtig verwirrend hier. So, aber jetzt haben wir es doch. Hier raus. Das sieht doch besser aus, als diese Abgründe da, ey. Ja. So. Da ist der Gegner direkt. Okay. Gut. Die haben irgendwelche Töpfe auf dem Kopf, okay. Und hier... Und... Kill ihn! Yes! Ich habe die Zeichen auch hier voll. Sehr schön. Okay. Dann... Hui, hui, hui! Genau. Oh. Ninja Mind Control. Geil. Was haben wir denn hier? Attack your enemies. Du Perfone... ...schuldigung, der R2-Button. Press up the down. Press up, then R2. Up, down. Lift, hold... Ach du Scheiße. Nee, ey. So komplizierte Kombos. Aber wir haben echt Gegner verpasst hier. Das finde ich echt schade. Aber schaut mal, wo wir rausgekommen sind hier. Dieser Grotte hier, ey. Hier, hier sind wir rausgekommen, ey. So, alles klar. Dann... Was ist das denn? Der tötet uns? Das ist ein Bär, okay. Da reichen Shurikens bestimmt nicht. Ach du Scheiße, hat der eine Sichtweite. Da reicht bestimmt kein Shuriken. Das trifft noch nicht mal. Okay. Dann halt so. Es trifft nicht. Warum trifft es denn nicht? Ich hab keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. So, jetzt aber. 300 Hitpoints. Was? Was? Was zur Hölle? Oh. Holy Shit. Nein! Uff. Der dreht da irgendwie seine komischen Runden, ey. Oh. Muss ich den killen? Lauf schneller hin. Oh. Gott sei Dank. Ja, den hab ich gekriegt, okay. Oh Gott. Puh. Okay. Hier rein, ne? Ja. Hier rein. Äh, wo denn? Wo denn rein? Okay. Egal. Mal gucken, ob hier noch Gegner sind irgendwo. Alles klar. So, jetzt. Ah. Ah. Ja. Aber hier kann man bestimmt. Ja, hier. Ah, hier kann man rein. Da ist nämlich eine Tür. Ab... 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 Abgrund. Oh Mann, oh Mann. Leute. Abgrund. Ist das ein Abgrund? Es ist ein... Oder? Moment mal. Ist das überhaupt ein Abgrund? Sieht man das auf der Karte? Das könnte bestimmt... Einer sein hier, ey. Ah, ich hab so Schiss hier. Ne, es ist kein Abgrund. Es ist kein Abgrund. Stopp. Hier kommt man nochmal rein. Frage... Ah. Okay. Da ist noch ein Gegner. Oh Mann. Okay. Oh. Und? Zack. Weg mit dir. Oh, geschafft, ey. So. Zack. Jetzt komm ich nochmal hier rein, oder? Ah. Schaut mal. Wir waren doch letztens mal auf der anderen Seite. Genau. Ja. Ja. Jetzt sind wir nämlich hier und kommen hier raus. Geil. Okay. Ja, schön. Aber Moment. Erstmal hoch. Dann kann man auch direkt hoch, oder? Ne, kann man nicht. Okay, egal. Dann geh halt erstmal hier hoch. Bitte, der hält sich nicht fest. Ne, hält der sich nicht. Aber ist egal. Ich komm hier raus. Ah, sehr schön. Haben wir den also auch. Sehr gut. Kommen wir hier rein. Ah. Alles klar. Okay. Was ist das jetzt hier? Wie klingt das denn nochmal mit dem... Ah, hier. Ah, hier. Seht ihr das? Das ist geil hier. Dann geh runter. So. Open. Alles klar. Okay. Sehr schön. Ja, gut. Ah, hier unten. Da. Nicht X drücken. Nicht X drücken. Oh Mann, ey. Gott sei Dank. Ich hab mich wieder... Ey. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte ihn schön von oben kehren, aber... Ich hab mich verdrückt. Ah. Okay. Cutscene, ey. Boah. Oh, Gott sei Dank. Du bist derjenige, der diese Spirits in der Bamboo-Forest. Wow. Was? Moment. Nein. Oh. Oh Gott, renn weg hier. Oh. Was? Was? Was ist das? Oh Gott, ich muss mich heilen hier. Heil dich. Und dann geh jetzt wieder hin, ey. Oh. Oh, ich komm nicht mehr zum Angriff. Was bist du für eine Schlampe hier? Diese Tussi, ey. Ah, ey. Diesmal nicht, ey. So. Und dann... Zack, 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 zack. Weg mit dir. Boah. Das ist ganz schön heftig. Das ist ganz schön schwer hier gerade. Aber ich hab ja einen Einmal Ninja Rebirth. Mensch, ey. Mensch. Du gehst mir richtig auf den Sack da vorne. Aber da kommt man ja nicht dran. Andi. Nein. Ey. Ey, der packt mich immer und... ...macht seine Scheiß-Kombo. Ja, natürlich, ey. Egal, aber... ...verschwenden möchte ich das Ninja Rebirth jetzt nicht hier. So. Okay, er hat... ...mich verloren. Okay. Ja, da ist er hier. Ey! Ich komm gar nicht an den dran. Der wird immer wieder geheilt. Kann das sein? Wo bist du? Da bist du! Die ist tot. So. Die ist tot. Ich muss nur die Frau killen. Okay. Hä? Tatsumaru, wie geil! Yes! Da ist er wieder! Tatsumaru! Ja! Geil! Geil! Tenrai! Hä? Du hast auch Tatsumaru gebracht. Gegen ihn kämpfen, oder was? Warum? Der ist doch unser Freund. Was soll das denn? Was soll das denn jetzt für eine Verarsche? Ey! Das kann doch jetzt nicht sein. Nicht gegen Tatsumaru. Oh. Scheiße, lauf! Lauf weg! Lauf einfach weg, ey! Oh, Junge! Trink das! Ich will ein Ninja Rebirth aufsparen. Sehr schön. Okay. Oh! Ja, der mit seinen Kicks, den kennen wir ja noch. Aus Tenchu 2. So. Ah, nein! Ah, falsches Item. Egal. Und... BAMS! Ah, egal. Oh! Der trifft mit seinem Feuer, okay? Ja! Oh! Jetzt habe ich doch... Alter, das kann nicht sein. Jetzt habe ich doch mein Ninja Rebirth gebraucht. Ja, ey! Hallo, was geht mit dem ab, ey! Also, so langsam ist... Wie viele... Ich schließe! Boah! Wie viele Bosskämpfe gibt es denn hier noch? Oh, ey! Was denn? Boah, der ist ja krass. Oh, ich bin gerade übelst angespannt. Ja, das war's! Toll! Ne! Ich lad mal den Safe State. Weil, das ist doch... Einmal Safe State laden geht, glaube ich. Weil, das ist doch so unfair, dass es hier so viele Bosse gibt, ey. Alter Schwede. Ne, das bringt nichts. Das bringt... ...nix. Da ist... Da fährt alles ab! Puh! Alter! So. Und? Nein! Nicht getroffen. Ah! 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 Oh, ey. Ey! Ey! Ne, okay. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht! er hat mich schon wieder gekriegt ist das ein es ist wirklich schwer also es ist wirklich es ist wirklich schwer also ich weiß nicht wie ich das krieg wie ich das schaffen soll jetzt hier jede menge endbosse hier und der wird alles ab das ist doch so krass gerade wird alles ab der wird alles ab der wert alles ab den kann man nicht treffen ich weiß nicht wie man den kriegen soll so das trifft nie verdammte scheiße irgendwie keine ahnung ich bin gerade angespannt und jetzt nein er hat mich schon wieder das kann doch nicht wahr sein er regt mich langsam nicht auf irgendwie nicht der fährt doch alles ab wie soll ich den attackieren wie soll ich den attackieren das geht nicht wie lange hänge ich jetzt schon in diesem bosskampf dass da hier auch zwei drei busse nacheinander kommen warum verrätst du uns mein gott es bringt nichts immer wieder das gleiche wie soll ich den kriegen wenn der alles abwehrt ich bin langsam echt genervt wenn der alles abwehrt und ich brauche items der fährt alles ab und trifft mich dann immer der hat aber auch immer ein glück mit seinen attacken der hat immer ein glück mit seinen scheiß attacken ist das schwer alter er hat mir eine rauchbombe gegeben immerhin das muss ich doch jetzt mal nutzen hier gibt mir die rauchbombe und schweiß sie und es bringt nichts warum bringt das nix ich hab ihn endlich wie krass das something i have to tell you gott tatsumaru was in your right eye sleeps the secret of dojutsu 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 the ninja eye you were not ready so master shinsai concealed it in the pupil of your right eye but my right eye is your right eye still functions that's quite enough tatsumaru you have fulfilled your duty did you think i wasn't watching you have betrayed me i have no tolerance for traitors don't waste your energy he is beyond your life i will grant you one last chance shall join me no you must not be i remember dojutsu focus on the power in your eye it is the only way to defeat it is the only way to defeat it seems i underestimated you hm 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 this is a short guest event but extremely nerve hm hm tatsumaru hm oh 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 You are of no value to me now, ninja. If you have the courage to avenge Tatsumaru, I invite you to my island fortress. In two days, the moon will be full and the fog will lit. Come with the ebb tide. Foolish shadows. Yes, I know you are eager. It won't be long now. You are eager. And... Fuck, or what? Yeah, fuck. No, ninja. Okay. Because I didn't kill enough enemies. I think if I had 20 enemies killed, then I would have also got a big champion. But it's okay, friends. Is this Ten-Reihe? Just normal items. This Ten-Rei is so crazy. And... Exactly. And... He brought Tatsumaru again to life. It's too bad that I had to send the boss camp so often. Two days since the battle at the Buddha temple. The moon is full and the fog has lifted. Rikimaru, you must go to Ten-Rei's fortress and defeat Ten-Rei. Ten-Rei. Okay. Letztes Level wahrscheinlich. Ich schätze echt letztes Level jetzt. Krass. Ja, Freunde. Wir haben einen sehr anstrengenden Bosskampf hinter uns gegen Tatsumaru. Krass. Dass der nochmal wieder kommt und uns abfuckt, ey. Na ja, egal. Und ja. Nächste Folge ist, glaube ich, das Finale. Das heißt, letztes Level, ne? Gegen Ten-Rei und so. Und ja, genau. Das allerdings, Freunde, würde ich sagen, mache ich das nächste Mal. Ich bedanke mich an alle, die zugeschaut haben, die dran geblieben sind. Auch bei dem etwas failigen Bosskampf gerade. Und ja, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.